Vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Sie sitzen auch lieber in Ihrem Garten und trinken eine Tasse Tee, als dass Sie Zeit damit verbringen, Aktien zu analysieren und zu überlegen, welche Aktien Sie für Ihr Portfolio kaufen sollen. Genau so ging es mir. Und deshalb habe ich nachgeforscht und mir überlegt, was braucht es eigentlich, damit Sie relativ wenig Zeit für das Aktieninvestieren brauchen. Und dafür gibt es drei Regeln zu beachten. Die erste Regel lautet, kaufen Sie nur grosse Aktien. Nur Aktien von sehr grossen Unternehmen, die viele Manager anstellen, die nichts anderes machen, als sicherstellen, dass der Gewinn so gut ist, wie er sein kann. Unserer Meinung nach gibt es weltweit etwa 1200 solcher Aktien. Das zweite, was Sie berücksichtigen müssen, ist, wie gut geht es dieser Aktie. Wie gut sind die Finanzkennzahlen dieser Aktie. Achten Sie dabei auf Aktien, die im Vergleich zu ihrer Größe eher günstig sind. Die Obermacht-Value-Ränge geben Ihnen diese Aktien. Die Safety-Ränge zeigen Ihnen, ob Sie sicher finanziert sind. Und wenn diese Ränge gut sind, dann wissen Sie, die finanzielle Seite ist in Ordnung. Auf diese Art und Weise verzichten Sie auf alle subjektiven Urteile. Subjektive Urteile sind gefährlich bei der Aktienanlage. Denn immer wenn eine Story gut ist, die Sie zum Beispiel von Ihrem Berater oder von der Presse hören, dann ist sie bereits bekannt und sie nützt Ihnen nichts mehr beim Investieren in diese Aktie. Und drittens, kaufen Sie nur Aktien, die Sie verstehen. Es gibt Aktien, die sind ganz bekannt, zum Beispiel die Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Aber das sind komplexe Aktien, die sehr schwierig zu verstehen sind. Auch Biotech-Aktien und viele Hightech-Aktien sind viel zu kompliziert, um zu verstehen. Kaufen Sie diese Aktien nicht, wenn Sie langfristig anlegen wollen. Wenn Sie für 30, 40 Jahre sparen, dann kaufen Sie besser grosse Aktien von den Unternehmen, die Sie verstehen. Und jetzt können Sie es selbst, denn so eine Entscheidung können Sie auch in Ihrem Garten fällen. Machen Sie es. Viel Erfolg damit. Machen Sie es. Viel Erfolg damit.